Yo Leute, willkommen zurück zum Flash Shack, dieses Mal mit Dibbles Xmas, äh Christmas Crisis. Ähm, da gibt's wohl schon mehrere Spiele von, also first Dibbles, dann Dibbles, dann Dibbles 3 und dann Dibbles Pro. Ähm, keine Ahnung was das für ein Spiel ist. Äh, Puzzle, Online Save, Christmas und Snow. Mal schauen, was wir da hinkriegen. Klick Space, oder klick to start. Wes? The first Dibble to get to a command stone will carry out the command, even if it means certain death. Wes? Okay. Äh. Die opfern sich da jetzt, oder was? Was ein Scheißspiel. Wie gemein ist das denn, bitte? Wie gemein ist das denn, bitte? Climb up this wall. Okay. Dein Ernst jetzt? Okay, dann stirbt der. Äh. Ich wollte gerade sagen, da stirbt, da stirbt hoffentlich keiner jetzt. Dün, 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 ja, einen mehr hätte ich retten können. Das ist voll asozialer Spiel. Das Spiel ist so asozial. Hä? So, komm. So, komm. Das. Ich kann mich nicht retten können. Continue. I can only fall... Okay. Moment, pause. Nein, nicht pause. Ja. Ja, das ist Bullshit. So, wenn ich die... Toll. Super Idee. Restart. Do. Do. Wahrscheinlich ist das jetzt falsch da. Wahrscheinlich hätte ich es da hin machen müssen. Das ist voll asozial. Alter, ist das Spiel asozial. Cover the hole. Was? Cover the hole. Stick your way down. Dein fucking ernst jetzt. Sorry. So. Okay. Ist ein Spiel. Ist mir bewusst. Und ich weiß, Spiele können weit gehen. Dürfen weit gehen. Aber. Das hier finde ich persönlich viel zu weit gegangen. Das tut mir leid. Das ist vielleicht eine Ansicht, die bescheuert ist. Aber das ist ein Spiel, was ich definitiv nicht weiterspielen werde. Jetzt ist es aber so, dass ich mit sieben Minuten jetzt nicht unbedingt ein volles Video habe. Ich habe noch ein anderes Spiel, das ich spielen werde, das habe ich gerade schon versucht aufzunehmen. Das ist auch ein Puzzle-Spiel, aber das ist definitiv besser. Die Aufnahme hat halt nicht geklappt, so wie ich das wollte. Das heißt, das kenne ich schon ein bisschen und da weiß ich auf jeden Fall, dass es besser ist. Und das Spiel werde ich nicht mal verlinken. Ihr wisst, wie es heißt. Sucht selber raus, wenn ihr es wirklich spielen wollt. Aber das hier ist für mich der letzte Rotz. Soweit sollte ein Spiel nicht gehen. Und nein, 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 nein. Wenn es jetzt gehießen hätte, die bauen eine Brücke zusammen und ziehen sich dann hinten wieder hoch. Vollkommen in Ordnung, hätte ich verstanden. Teamwork, Förderung und so weiter und so fort. Aber nein, das geht mir zu weit. Das spiele ich nicht. Sorry. Sorry, sorry, sorry dafür, dass ich jetzt acht Minuten eurer Zeit hier verschwendet habe. Aber das Spiel spiele ich nicht weiter. Wir sehen uns gleich bei einem anderen Spiel wieder. Bis gleich. So, nach dem kurzen Cut spielen wir jetzt ein vernünftiges Spiel. Ein vernünftiges Puzzle-Spiel. Wie gesagt, ich habe es schon gespielt. Civil Balls nennt sich das gute Spiel. Und einmal, um zu zeigen, wie es funktioniert. Ihr schmeißt Kugeln in die farblich passenden Kisten rein. Und unterschiedlichste Puzzle. Wir können einmal hier so ein bisschen... Das. Die Anfänge machen. Einmal das, einmal das, einmal das. Und... Also, ziemlich einfach. Eins mache ich jetzt nochmal kurz. Und zwar ist das das hier. Klack. Klack. Du musstest, glaube ich, nur drüber rollen, ne? Klack. 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 Also, so funktioniert das ganze Spiel. So. Ähm. Das letzte Level habe ich gerade so... Ein bisschen schwieriger hinbekommen. Und... Das sieht extrem lustig aus hier. Wie kriege ich dich denn da... Ah, Moment. Moment. Wenn ich da was mache, dann sollte er... Was passiert denn hier? Ah, okay. Okay. Verstanden. Aber ich muss erst den gelben abräumen. Wenn ich den gelben nicht abräume, dann kriege ich den nicht mehr da rein, weil das ist dann zu. Das heißt... Erstmal wahrscheinlich den hier. Dann... Ups. Da hätte ich vielleicht drauf achten sollen, wie ich ihn abschneide. Restart. Aber das sollte passen. Dann... Einmal... Ups. Fault. Ja. Das ist dann... Blöd. Perfekt. Ja, er, 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 er. So, jetzt bin ich gespannt. Ne. Funktioniert nicht. Es funktioniert nicht. Restart. Nee, 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 nee. Restart. Dann habe ich nicht genug höher. Dann sage ich doch. Vorholt. So. Das funktioniert also auch nicht. Also, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das so machen muss. Moment, wenn ich den jetzt abräume, dann kann ich den hier schon mal runterlassen. Ja, aber dann rollt der da rein. Das will ich auch nicht. Das kann ja auch nicht richtig sein. Erwischt. Der ist sowieso jetzt draußen. Einmal... Zack. Einmal da rein. Ups. Na komm. Nee. Ah, okay. Verstanden. Also, ich habe einen Plan. Heißt nicht unbedingt, dass der passt, aber... So. Bitte. Komm schon. Du tickerst jetzt da drauf und... Jawoll! Hat geklappt. Haha. Cool. Äh... Okay. Den da rüberschwingen. Dann schiebt er die Rakete da dran, die schießt. Aber was soll mir das bringen? Nee. Nee, 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 nee. Ähm... Das hier ist ganz klar. Den dürfte... Den darf ich nicht abschneiden. Den darf ich nicht abschneiden. Okay. Welche Kugel schießt er ab? Kriege ich das so hingeschnitten? Hm. Ah. Genau, falsch rum. So. Also, ich möchte den... Gerade... Gerade eben so anschneiden. Nee. 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 Ich mache mir das wahrscheinlich wieder unnötig kompliziert. Also, das habe ich bei den, äh... Anderen gerade auch ständig gehabt, dass ich... Ja. So wollte ich das. Okay. Das kriege ich nie wieder so hin. Wurscht. Äh... Gut. Wie machen wir das? Wie mache ich das? Moment. Ich kann den da reinlegen. Dann kann ich den da drunter schieben. Na komm, roll weiter, roll weiter, roll weiter, roll weiter. Roll. 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 Roll da rein. Der lacht mich aus, der Pen. Ah, nein. Scheiß die Wand an. Nein. Das sah aber gut aus. Ja. So wollte ich das. Ja. Einmal da. Und... Zack. Jawohl. Drin. Ha. Da frage ich mich immer noch, ob das jetzt der richtige Weg war oder nicht. Ähm... Der schiebt die Rakete da hin. Wo explodiert die Rakete? Ja, aber das bringt mir alles nichts. Restart. Eine Sache muss ich gucken. Wenn der einfach so rollt. Schafft der das dann? Ja, schafft er. Gut. Dann machen wir das nämlich anders. Erledigt. Ha. So. Oh. Ähm... Ähm... Okay. Random! Shit. Hat nicht funktioniert. Ähm... Ich glaube nicht, dass wir die da einfach runterfallen lassen müssen. Das glaube ich nicht. Das ist blöd gelaufen. Ah, Moment. Ähm... War aber genauso, wie ich es mir gedacht habe. Einmal da. Einmal das. Also, die Säule habe ich noch nicht gehabt bis jetzt. Einmal... Hier. Und dann einmal mit Schmuggles. Eingelocht. Geht doch. Geht doch. Easy. So. Ähm... Wir gucken einfach mal. Okay. 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 Alter, so blöd bin ich nicht. Auf den Trick falle ich nicht rein. Gut. Das ist... Okay. Kanone. Wohin schießt du? Schießt du ins Grüne rein? Äh, was? Okay, wir sind in einer Endlosschleife gefangen. Nein, sind wir nicht. Ich wollte gerade sagen, das ist jetzt falsch. Ähm. What the fuck? Ah, okay. Der hat nicht genug Schwung. Das heißt, erst einmal müssen wir das machen. Gut. Jetzt wackelt das Ding nämlich auch nicht mal mehr. Okay. So. Die Frage ist halt... Wie machen wir das jetzt? Ja, vor allem, wie kriege ich da unten genug Schwung? Moment. Ja, das hatte ich mir fast gedacht, aber... Ich kann das Ganze auch mit dem Grün hier machen. Kann ich nicht. Warum kann ich das nicht? Nee, das funktioniert nicht. Restart. Es ist blöd gelaufen jetzt. Was war das jetzt? Okay. 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 Erst einmal machen wir... Das. Dann mache ich das. Äh, das ist... Äh, ja. Das ist wunderschön, aber... Nee. Nee, nee. Moment, ich kann das machen, ich kann das machen. Ähm... Ähm... Äh... Aber da habe ich jetzt das Problem. Aber da habe ich jetzt das Problem. Ähm... Einmal das. Das. Ups. Moment. Restart. Das. Das. Timing ein bisschen verpasst. Wow, war das knapp. So. Der ist drin. Und der schießt jetzt einmal quer rüber. Ja. Das funktioniert besser so. Ja. So funktioniert es. Next Level. Ähm... Hm. Es ist so ein Level, wo ich nicht weiß, wo ich anfangen soll. Schauen wir einfach mal, was passiert. Was passiert denn, wenn die ins Feuer fallen? Okay. Ah, okay. 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 Nee, das war falsch. Glaub ich. Ja, das war definitiv falsch. So. Wenn ich das mache, räume ich... So lange das Feuer an ist. Rot, gelb, grün. Moment, ich muss es ausprobieren. Moment. Was passiert, wenn ich das mache? Moment. Was passiert, wenn ich das mache? Ich kann die hier abräumen. Und wenn ich jetzt... Nee, da muss ich das Timing haben. Da muss ich Timing haben. Einmal das. Einmal das. Einmal das. Einmal das. So. So. Shit. Zu früh. Und vor allem habe ich auch eventuell vergessen, das Feuer auszumachen. Ähm. Das. 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 Ach komm schon! So. Das. Das. Das hier. Schauen. Das ist wieder nicht genug Schwung. Ich glaube nicht, dass ich es so machen muss. Hier ist es oder sehe ich gerade. Also ich glaube, das ist schon ganz richtig hier. Vielleicht während ich da oben bin? Also, dass ich jetzt ganz leicht Schwung nehme... Nee, nee, nee. Das war viel zu spät. Ich möchte das ausprobieren. Dass er von da oben so ein bisschen... Ah. Ja, okay. Das hat sich sowieso erledigt. Klack. Klack. Zack. Und dann. Ah. Zu spät. Aber so ungefähr möchte ich das haben. Das funktioniert alles nicht. Das kann doch jetzt nicht an einer Kugel hier scheitern. Roll weiter. Roll weiter. Nein. Ups. Ja, das ist ein wenig sehr falsch. Ähm. Dodo. So. Ich will das jetzt schaffen. Sorry, dass ich jetzt gerade wieder so ein bisschen überziehe. Ne, das ist auch nicht. Warum bist du noch nicht grün, du blöde Kugel? Wäre es viel einfacher. Boah, das war schnell. Da wäre ich mir nicht... Ich glaube nicht. Ich glaube ernsthaft, dass die Kugel liegen muss. Feierabend. Ja. So muss es. Wenn ich nämlich drauf haue, dann hat die mehr Speed. Sehr schön. Gut. Aber ich würde sagen, das reicht auch fürs Erste. Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like. Da würde mich auf jeden Fall freuen. Und wie gesagt, das erste Spiel wollte ich einfach nicht zu Ende spielen. Trotzdem wollte ich es euch einmal zeigen. Ähm. Wie gesagt, ich spiele alle Flash-Games blind. Und ähm. Ja. Dann kann auch sowas passieren. Dass ich da einfach mal ein Spiel abbrechen muss. Weil das ist dann einfach so. Okay, Leute. Wenn es euch gefallen hat, lasst da wisst ihr alles. Und äh. Haut rein. Bis dann. Und ciao, ciao. . . . Vielen Dank.